so jetzt sehen wir ihren segler schleppt die judith schleppt jetzt eine pilatus p4 mit 3 meter 75 flügelspannweite in die luft das probieren die jetzt hier zum ersten mal aus gucken wir mal ob die sache von erfolg gekrönt ist so Das war's. So, der Start hat erst mal funktioniert. Jetzt schleppt er die Pilatus erst mal auf Höhe. Ach, die ist schon draußen. Die Pilatus ist ausgeklinkt und segelt jetzt ohne Motor. Die Judith und die Pilatus. Mal gucken, ob er jetzt schon zur Landung reinkommt. Ach, das... Oh, warum so eine Kurve? Und die Landebahn ist 200 Meter lang. Ja, alles hat gut funktioniert. Geloadet. Geloadet. Ge該. Ge Quit. Untertitelung des ZDF, 2020 Landeanflug